Prozent ja es gibt und und ist immer mein Kopf wird in der Maschinen mehr und durch den Fall gewesen um ich hätte mir die Heimkunden die Klammer wo ist das Strasse aber ich habe eine Folge mit dem Titel warum das ich dachte ich dachte es ist nieder Quarze kommt noch ganz selten vor die Heiligkeit von Eisen hat mir mal jemand erzählt auf den Rutsen da gehört der Gast drauf mich? welcher Gast? und woher seht ihr den? wo schießt der hin bei euch? nach rechts, jetzt schießt der auf mich hey jetzt ne das ist immer gestorben experience was so n... so n Tropfen ne wie hieß da? so ne Tränen hast du das? äh äh Schießpulver hab ich gesehen das nimmt so was oh Daniel was machst denn du? und da brennt so was macht gar nichts wie wichtig breit sich in Lava aus Fick gehen die Lio wie es schnell ist es groß wahrscheinlich ist weil weil die Prozesse und so Belastung zu gibt da habe ich schon wieder was ja jetzt stehe ich in Feuer tschüss ich mache es nicht mehr steht es ist doch scheiße hier wo ich habe mir nach hinten gekuckt das Feuer dachte ich so aus vor allem der Kassel das Lechner Bildzeug verbrannt ist auch egal Jolo Reit das ist auch da muss doch wer ist die Sohn Kostetisch ja wer wird auch die Gelschieft Bostos er hat er hat mich auf die Gelschieft geschossen aber nicht vor Ort ist auch und so wie da alles so ähnlich weil ich spiel das Bluboff weil die Karten der Sekunden ist man nicht mehr das war so ganz ähnlich Sichtweite ist auf sieben das auch null machen und die Reis war bei was eigentlich will er bei den ersten Server Rubel, zeigst du mir mal kurz den Weg wo ich hier rüber gerade rüber Richtung dem ersten Dauerfall da liegt der ganzer Scheiß da lang? einfach gerade zu kaum so fällt gerade aus dem Portal raus und zum ersten Dauerfall da liegt der ganzer Scheiß da mhm oh das sieht nicht gut aus wo ist denn das ganze Zeug hin? hast du es aufgehoben? ne ich hab nicht aufgehoben ich bin ohne durchgelaufen mein im Tor ist eh voll habst du von der Farnbill eingeschossen? da hat er hier hingeschossen da hat nichts durch die muss hier ist nix mehr da absolut nix nix mehr die untere Leiste ist voll das wars 20 Diamanten alles weg ah die Diamanten waren auch da das letzte Mal hingeschossen wieso schleppst du Diamanten mit dir rum? ja weil du da klein rein rennst ne sehst du ja nicht dass ihr nachher rennen müsst ja ich will mir das ganze Quarzsand soll ich ja weil ich diese von Quarzsand ich hab nur noch Obstdienst an Blöcke zum Setzen boah ich hab ne meine Spitze wo sind denn die Diamanten angeblich Philipp? äh Uwe? als ich das letzte Mal mich umgedritte hab ich die noch gesehen aber ja ich hab mich dann noch nicht wahre darum gekümmert um die Diamanten Philipp passt du dir? nein mein Inventar ist voll machst du das Inventar auf? also ich hab's auf gut guck ich mir die Aufnahme an wenn du Uwe das noch siehst kann doch jetzt nicht weg sein ich hab's gesehen da bin ich weggegangen weil weil ich weiß schon wo Schießern haben hören aber ich stand nicht genau daneben also der hat und ihr auf der FFZ geschossen das Mist fiel da seitdem kann man noch so was zu schauen ja der hat eh Schuss abgegeben da ging genau auf mich da rückt dann ist der Mann mit den komischen Quarzsand geprasselt ich drehe hier ab das ist was super gelohnt hat sich das so die liegen doch noch die Diamanten und denn? hier oben und denn? du hast es gerade aufgenommen da hinten liegt nur dein Schwert hier liegt noch Erde da drüben liegt noch Ohrzeug hier liegt noch das Zeug und hier liegt noch was das ist alles ohne Scheiß ich bin ja lang gelaufen hier liegt noch ein Schwert hier liegt noch ein Schwert hier liegt noch Pfeile und da hinten habe ich auch noch was gesehen hier liegt noch so ein wie ist es hier Schwarzpulver hier Schwert ja das Schwarzpulver ist von dem Karst Alter das reitet sich aus wie Suppe hier die Lauer gut obwohl sieht es von Belair aus nein Philipp aus bisschen was wird verbrannt ich habe eh keine Spitzel gemacht bisschen was wird verbrannt sein aber ja ok ich habe ja gesehen es ist ein Bild was ins Feuer gefallen ich bin ich bin ich bin da das ist nicht was was das ist nicht was nicht ich bin ich bin die Aufnahmeein genau schweig leistet ich bin wirst du du wirst 28 die 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 sie Ja, aber Guck hin, dann siehst du, das Öffne ist auf dem Rückweg Aber ich lässt wahrscheinlich der Quarz an dem Marsch laufen und dann müsste ich aus dem Turm kümmern Hallo, das Typ Ich will es ja noch Closed on haben, ich bin jetzt hier, wenn ich immer hier bin Ja, das heißt, ne Sau Das ist nicht ganz viel Cuts geworden, ne Ich hab mir aber Closed on mitgenommen Scheiß, sind sogar vier Hey, meine Kiste ist kaputt, die geht nicht mehr zu Ist kaputt gespielt, ja Jetzt ist sie kaputt, ne, jetzt ist sie zu, mein ich Mit einer Closed on jetzt sind Ich hab jetzt 45 Stück, das reicht Closed on Quarz Hab ich auch Fast 45 Ich hab 44, du sagst ja, ich merke ihn, ich hab's doch gar nicht Ich geh nicht, ich mach dich kaputt Was habt ihr denn jetzt gemacht? Nichts Ich hab 64 und 9 Ich vermisse aber auch nichts eigentlich Na, wir haben halt nichts gemacht Vertrau uns doch mal Was? Uwe ist bei dir die Tür hier noch da? Was ist so ne Tür denn? Bich blöder? Klar Welche Tür denn? Die wo ich grad stehe, siehst du mich? Hallo Uwe Boah, das sind drei Leften, weiß nicht Also ist ein Bild Buggy hier ein? Irgendwie schon, aber ich weiß nicht an was das liegt Das kann ich dir auch nur sagen Guck mal, wenn's sogar bei mir ist, ne, also liegt's nur unbedingt an mir selber Hast du Gamer Modus an, hast du noch was anderes offen? Kann ich sagen, was ich offen hab Die Server Properties, dann hab ich Minecraft, Fraps, den Server Travian ist noch offen Das wird sein Das macht das Tür So, Skype, Hamachi und Dings Andere Rechner ist aus Okay Also, komplette Aufnahmebedingungen wie immer Uwe, sag mal was ihr gemacht habt Guck dir die Aufnahme an Guck dir die Aufnahme an Das wirst du schon sehen, wenn du dir alle folgen ganz fleißig anguckst Genau, das wird sich schon ins Gesicht fallen Und bis dahin Kann ich's nicht mehr zurückverlangen, weil ich weiß ich, was er mitgemacht hat Wir haben dir keine, wir versprechen dir hoch und heiß, wir haben dir keine Items genommen Wirklich Oder Erfahrung oder sonst sowas, was wie ich hier So meine kleine Truhe gefunden, redet da einfach mal nicht mehr Die Truhe haben wir auch nicht gefunden Die hab ich gesucht, aber nicht gefunden Hm Hm, das wird uns eigentlich nicht Der Lohnsam weggesnackt Nein Keine Items genommen Irgendwas müsste ich doch gemacht haben, ne? Ja, genau Wir haben was gemacht, aber nichts garstiges, böses Und nichts, was dir oder dein Charakter in diesem Spiel schaut Nein Ja, das wird mir nicht abgeklar Ja, ja, genau Na, genau Na, ja, das war mein Mann bis noch mehr Donner du musst dich in die Bücherregal soll ich selbst machen ich gebe das Zeitpunkt gut, kannst du in die Kiste rein, in die Baukiste bitte ok danke ok sag mal, der hat eine Baukiste, ich will auch eine Baukiste haben was ihr gemacht habt ich habe viel was geflüstert, Mensch hat die was über mich gibt keine Geheimnisse kann dabei sein, keiner so, wie oft zuvor wenn da bin ich denn nicht böse was, 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 was habe ich? hat ein Kommentar zu mir abgegeben da wäre ich dir nicht böse, wenn es so gut ok guck dir die Aufnahme an ja ich werde alles nur in der Leiste und durchswitchen bis irgendwas im Chat stehen ich sehe dann noch dreimal sterben wo gerieter Buschi rein das ist richtig was, wo ich dafür leid, oder was? das ist du ja zu wie man vertraut ist ne, ich vertraut, ne es geht nur ums sterben es geht nur ums sterben sterben u wisst ihr wie ich auf dem schnellsten Weg zur Lava komme? am besten in die Hütte rein, ne? zur Lava? ja wo waren wir gerade? hab dir... ach so dort ne, da geh ich nicht mehr zu der Lava, das kannst du vergessen hab auch hier dir irgendwelche Stringmine 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 Gänge wo ich Lava finden könnte ich hab einen wo Lava drin ist? da ist auch Lava drin kannst du mir den zeigen? kann ich auch machen das wäre cool das wäre cool das ist mir gerade aufgefallen scheiße, ich hab die Fenster falsch gebaut was auch äh Ausgang zum Daniel seinen köpischen Turm mhm